Moin Moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion D2 im Ranglisten Modus. Da um die Gegend angerückt durch den Fiesta. Oh, das sind schon richtig geile Einheiten, muss man sagen. Das steht fest. Hmm. Ich weiß nicht, der? Alles klar, ich hätte ja noch ein bisschen mehr Markenschaden oder Aufprallschaden. Ich könnte die zum Beispiel noch mitnehmen. Aber dann habe ich nur die beiden Tanks. Von daher nehmen wir das. Wir machen das so, kaufen zwei Worker, ein Upgrade und go. Okay, hier drüben die Blume. Da im Crab Lord. Der Wolf hier ist da. So muss es sein. Oh nein, das wird so eine Köter-Strategie. Hier hat schon vier Köter stehen. Bauen wir den mit dazu. Aber gucke ich dann, dass ich auch drei was reinschicken kann. Okay, der hat noch Protonen gebaut. Das heißt, wir hauen auf jeden Fall ein Propo rein. Nehmen wir einen Worker mit. Ich denke mal, das reicht. Ich will ja ein bisschen verkacken. Ich will ja ein bisschen verkacken. Deswegen baue ich jetzt nicht noch einen hin. Was hat er gehabt? Gar nichts. Sah nur so aus. Ja, mit den Protonen reicht es doch noch. Also der Robo kommt durch, aber uns hat er ganz gut verteidigt. 16 Leben. Ich glaube, das halte ich gerade so. Ja. Ich glaube, das ist the Horn. Hm. Ich werde auch. Okay. Auf 6 können wir dann was reinschicken, dass Fläschenschaden immer kacke. Okay, Atom schon aufgewertet, da kriegen die Seeschlangen drin. Der lebt immer mit Mini-Leben, doch der kleine Firat ist jetzt noch tot. Wir können eigentlich noch einen Blocker bauen, das ist jetzt so viel gehalten. Dass es kaum Sinn macht, dass es nichts zu tun. Ich mach's mal weiter, Aufwertung. Damit der King nicht überfordert ist, wenn er einmal durchgelassen wird. Die Katze dazu, okay. Ja, okay, das schaff ich nicht. Habe ich aber ordentlich durchgelassen, mein der Kurs ist wenigstens weg. Da hat mir der magische Schaden gefehlt. Ah, ich schaff das aber, das ist so ein langatmiger Kampf. So, die Jobswerten kostet 190. Wir könnten hier einen Crapload bauen. Also locker auch hier vorne hin. Haben wir zwei Robos rein. Ich mache die Blume ganz schnell weg. Die Steinhau machen die Katze ganz schnell weg und dann bleibt nur noch der Rest da. Okay, ich verkrage jetzt ein bisschen mehr, als ich eigentlich vorhatte. Die Blutes werden jetzt noch da unten. Das ist schon Triple Crapload da. Das ist schon Triple Crapload da. Perfekt. Das ist schon Triple Crapload da. Dann stelle ich hier einfach da noch hin. Lass einmal da. Und dann kann ich hier den großen Löwen draus machen. Fünf Köter, zwei Bazookas. Das wird interessant. Aber mein großer Pirat steht jetzt einmal da. Da sollte ich kein Problem haben. Das sollte ich kein Problem haben. Er geht aber auch ganz schön auf Worker. Das ist schon ein bisschen zu vorsichtig. So, jetzt werden wir hier den einmal aufwerten und uns noch Worker gönnen. Dann? Passt. Hmm. Ah, die Krabbe hat den ersten Schaden abgefangen. Können wir mehr Rocker holen. Auf jeden Fall zwei Stück. Schon lange nicht mehr Fiesta gespielt, also letztens mal eine Runde, aber das Rest ist schon eine Weile her. Den wollen wir. Können wir uns auch jetzt noch nicht leisten. Deswegen bauen wir noch einen Crab Lord. Und auf 10 schicke ich dann mal ein bisschen was mit rein. Wenn Zeus aufgebaut, Zeus sind Wölfe. So, Double Brood, die sollte schon gute Arbeit leisten. Die Blumenkack wahrscheinlich relativ schnell ab durch den Großvater. Das sieht zwar, das könnte ich noch verkacken. Das muss man schwer zu sagen mit den Krabben. Ne, die werden da überschworen, genau wenn die anderen abgekackt sind. Den werden wir mal upgraden. Ja, können wir hier noch zwei hinstellen. 325 drunter. Da habe ich noch zwei Worker geholt. Mehr habe ich noch gar nicht gemacht. Dann haben wir die Schnecke halt immer draus. Zwei Pools, drei Robos, eine Schnecke. Ja. Okay, Blumen down. Ja, die Crew sind schon tot, aber ich komme durch. Jawoll, Shot on Gold sogar noch. Ich kackt zwar selber. Ob das schwer ist, da ist das nicht ganz so schlimm. aber bei dem natürlich viel geld einbüßt immer mehr locker machen mehr risiko im gegen angriff mit und dadurch stehen hier auf dann bin ich erst mal gut ausgestattet hier punkt rein upgrade neben den mit man ja macht die ganze zeit auto send deswegen ist klar der kohle und worker und ich krieg auf den sack vollkommen normal riesenschnecken die werden wahrscheinlich hätte hier runter abkriegen riesenschnecken ok er hat verkackt die flächenschaden ich warte noch hier auf 13 so werde ich das machen den warte ich auf ich doch locker wir wollen ja schließlich auch durchkommen das 13 gute wave sind beiden stichteile nicht wirklich viel die was machen können und die blume auch etwas weniger ich meine jetzt jede runde kommt die riesenschnecken jede runde das ist mit dabei so jetzt machen wir noch pokus rein und nicht verkackt er lebt aber auch nicht mehr viel so double kanone die sollte reichen und da krieg ich noch zusammen 3 robo sollten an sich reichen und können auch eine blutel noch robo machen und dann ist gut das sollte passen das sollte passen blume weg jetzt hat er auch crap lords jawoll das ist die crap lords aus ist doch übel fett durchgekommen ich werde es auch nicht ganz schaffen aber das will ich auch gar nicht sehr gut der ist noch abgekackt mehr power die crap lords sind schon fett aber nächste wave sind die schwach auf der 14 ein bisschen upgrade ein paar worker die die weltzerstörer ist mega stark 400 junge ist abartig das ist schon nicht normal 400 so mehr von denen upgrade upgrade 17 ist gut 17 ist richtig gut dann sollten wir beide durchkommen wenn er jetzt mal sammelt weil die sammeln ja dann nur ein robo geschickt sind hallo er schickt wirklich jeder unter und warum habe ich immer solche klöten das gibt es doch nicht so aufwerten jetzt können wir den noch hin platzieren ja wir können auch hier drüben einen hinstellen ja wirklich mehr kann ich jetzt nicht machen also 720 ob ich das halten kann die wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch sieht zumindest gar nicht so schlecht aus sieht zumindest gar nicht so schlecht aus aber der hat noch eine kleine kappe geholt wenigstens ich glaube noch ein haus und dann hoffen auf steckball für die sie noch eine hexe zu holen hier machen wir die draus Nimbus Nimbus habe ich noch gar nicht geholt Hexe rein Wird schon klappen oder 720 ich kann mir aber auch keine Worker leisten solange das so ist er hat Schweine noch geholt sieht gut aus sieht es bei mir aus gar nicht schlecht mir sieht es gut aus hat 600 Minus gehabt sammelt doch einfach mal was soll denn das ist so bescheuert Nee, 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 nee. Er hat jede Runde geschickt, ohne Ausnahme. Und dann frage ich mich nicht wundern, wenn ich hier 880er jede Runde kriege und das hier meins ist. Lass uns doch auf die letzten Vapes hinauslaufen. Jawoll, Eursack weg. Zum ersten Mal kommen wir zum Kingdorosh. Ah, hat schon wieder Outdown gemacht. Ich mach jetzt einfach mit. So. Machen wir hier weiter. Den können wir groß machen. Nimbus verbessern, noch einen dazu. Die können wir upgraden. Ich bin 94 drüber, also dass ich dann halte, sieht gut aus. Ja, wird gesammelt. Wenn er sammelt, sieht es schlecht für mich aus. Da ist ja schon über 800 geschickt Krieger. Passt. Passt noch. das macht das auto raus da wird sowieso nicht so rote schicken das ist immer blödsinn man kann ja irgendwo eine zeit lang mal auto anmachen so dass das ist ja kein problem aber jede runde schicken das müll haben so viele kohle und so viele worker der macht mich hier nackt ich halte kacke geschickt so wir warten das auf wir warten die auf die restlichen könnte noch mehr von denen bauen das haut hin machen die beiden noch manta stark die frage ist schicken wir jetzt oder nächste runter weil die sind nicht so gut dabei ich bin mit 1600 plus echt stark sollten wahrscheinlich jetzt schicken ja wer hält es noch bisher haben wir noch ein paar mantas hinsetzen ein elementar tag fertig da kann ich wenig leisten hat noch vorerst reinballern der einzelnen geschickt ja neue krabben ja durch die centaur ganz schnell weg die centaur sind tot ja ich bin durch und ich halte das das ist geil und zwar noch drunter und ich halte trotzdem hat auch gehalten aber er hat noch nichts geschickt bekommen trotzdem 1200 geschickt bekommen ach ja ich hasse autosend guckt euch das an das ist nur weil er viele work haben will die ganze zeit autosend ist das war eine weitere Liedschen schaut doch gerne bei einem Video vorbei lasst ein like und ein abo da wenn ihr mehr sehen wollt bis dahin entspannt bis zum nächsten mal tschau bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal